Seid mir gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein herzliches Hallo an alle neuen Zuschauer. Willkommen im BrickHaus. Teil 2, L-Motoren heute, Leerlauftest, los geht's. Kein langes Vorgeplänkel heute, es geht um die L-Motoren, um den Leerlauftest. Alle Informationen, wieso, weshalb, warum, wie die Ergebnisse zustande kommen und so weiter, seht ihr in dem Vorgängervideo. Ich verlinke es euch jetzt gerade da oben, das ist Teil 1, heute Teil 2, morgen XL-Motoren und nochmal so eine gewisse Gesamtübersicht über die ganzen Daten dieser Videos. In dem Sinne, wir legen direkt los mit den Ergebnissen. Wir starten mit den Lego-Motoren, davon habe ich 5 Stück hier. Da können wir wie bei den Bluebricks M-Motoren im letzten Video mal gucken, wie die sich so untereinander unterscheiden. Und wir schauen uns zuerst mal die Umdrehungen pro Minute an. Da sehen wir, dass die 5 Lego-Motoren sehr ausgeglichen sind. Das Niedrigste, was wir hier haben, ist 388 Umdrehungen die Minute und das Höchste 399. Das heißt, 11 Umdrehungen pro Minute ist der Unterschied. Das ist schon mal ein guter Hinweis dafür, dass die Qualität der Lego Power Functions auch über Jahre hinweg sehr konstant bleibt. Gucken wir uns das aber auch noch gerade bei der Leistungsaufnahme an. Hier sehen wir nämlich ein paar, ich sag mal, größere Unterschiede, die vielleicht auch eher jetzt auf Verschleiß hindeuten könnten. Der niedrigste Wert ist hier 1041, der höchste 1278. Das sind immerhin noch über 230 Milliwatt Unterschied. Aber ich gehe davon aus, da meine Motoren ja auch nicht neu sind, sondern alle übergebrauchten Modelle, die vielleicht auch in einem Kinderzimmer standen und vielleicht ist so ein Motor auch mal durch die Luft geflogen oder irgendwo runtergefallen, da kann es ja passieren, dass ein Teil innen drin in irgendeiner Form einen kleinen Schaden erleidet, der Motor weiter läuft, aber ein Widerstand entsteht, der eine höhere Leistungsaufnahme zufolge hat. Daher, ich sehe diese Werte erstmal als vollkommen in Ordnung. Bei Bluebricks hatten wir wesentlich höhere Unterschiede. Ich glaube, da hatten wir zwei Fünftel mehr Leistungsaufnahme bei den Motoren zum Teil. Das ist eine ganz andere Liga, in der die Lego-Motoren jetzt gerade hier spielen. Gucken wir mal auf die Kader-Motoren aus der Power System Pro Serie. Auch da habe ich inzwischen vier Stück da. Das heißt, die können wir auch ein bisschen mehr vergleichen. Und wenn wir uns die Drehzahl angucken, dann sehen wir, der niedrigste Wert liegt bei 568 und der höchste bei 715. Das sind so ganz grob überschlagen. 150 Umdrehungen Unterschied. Das ist nicht übermäßig viel, aber auch nicht ganz wenig. Ich könnte jetzt noch nicht genau sagen, ob wir hier qualitativ einfach Unterschiede haben oder ob das, sagen wir mal, in einem Rahmen der Toleranz ist. Aber wir können uns ja zur Hilfe auch einmal die Leistungsaufnahme der Motoren dazuholen. Und da zeichnet sich jetzt ein etwas konkreteres Bild ab. Wir haben bei dem ersten Motor eine Leistungsaufnahme von 1407 mW und bei dem dritten die höchste mit 2328 mW. Ich habe euch ja schon erklärt, die Messungen mache ich immer wieder mit jedem Motor mehrfach, damit ich sehen kann, ob sich die Ergebnisse wiederholen. Das heißt auch, dass ich den Motor mal neu anbringe, sprich von den Pins löse und wieder neu festmache an den Teilen. Um zu vermeiden, dass der Motor einfach nur leicht irgendwo nicht richtig angesetzt war. Kann ja passieren, aber sowas möchte ich ja auch vermeiden. Deswegen immer mehrfach Messungen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie interpretieren wir sowas? Ich sage mal, bei der Drehzahl hatten wir noch sehr geringe Unterschiede. Jetzt werden die Unterschiede wesentlich höher. Wir reden hier ja schon fast von einem Watt. Unterschied zwischen dem ersten und dem dritten Motor. Also da muss schon irgendwas im Inneren von der Qualität anders sein, als bei dem ersten Motor, dass die höhere Leistungsaufnahme so zustande kommt. Holen wir uns aber doch einfach mal jetzt die anderen L-Motoren noch von Malking und Blue Bricks dazu. Da haben wir bei Blue Bricks zwei Stück. Einmal mit 458 Umdrehungen, einmal mit 554. Bei Blue Bricks sind wir es ja schon bei den M-Motoren gewohnt gewesen, dass wir recht hohe Qualitätsunterschiede haben zwischen den einzelnen Motoren, aber aus der gleichen Serie. Das, denke ich, hier ist vertretbar. 100 Umdrehungen, die Minute Unterschiede, das ist zwar auch schon eine ganze Menge. Immerhin gute 20 Prozent, wenn wir mal den Durchschnitt nehmen. Aber sagen wir mal, wir lassen das mal so stehen. Man bräuchte jetzt für valide Aussagen einfach noch mehr Motoren, um das zu vergleichen. Der Malking-Motor, das ist der Hyper Furious Black Motor, der auch bei Blue Bricks einzeln zu bekommen ist, kommt hier mit 440 Umdrehungen. Die Lego-Motoren habe ich jetzt alle zu einer Gruppe zusammengefasst. Die kommen also im Schnitt auf 392 Umdrehungen. Das gleiche habe ich mit den Kader Power System Pro Motoren gemacht. Die kommen auf 663 Umdrehungen insgesamt im Durchschnitt. Dann habe ich noch einen etwas älteren Kader, L-Motor, aus der zweiten Generation. Also sprich schon mit der 2,4 GHz Akkubox, die wir jetzt auch bei der Power System Pro Serie haben. Und der kommt als langsamster Motor auf 362 Umdrehungen, ist damit aber jetzt auch nicht so weit weg von den anderen Herstellern. Mit der Drehzahl alleine kommen wir aber noch nicht irgendwie auf brauchbare Ergebnisse. Deswegen holen wir uns noch die Leistungsaufnahme dazu. Hier haben wir einen Riesenausreißer, der direkt ins Auge fällt. Deswegen fangen wir mit dem an. Der Malking-Motor, der kommt mit fast 3 Watt Leistungsaufnahme im Leerlauf. Das ist einfach viel zu viel. Ich persönlich, aber das ist ja nur meine Meinung, bin auch nicht so sehr begeistert von diesem Motor. Denn auch unter Last zeigt dieser Motor nicht wirklich die beste Leistung. Ich hatte den Malking-Motor mal im Arox drin zum Antrieb und das fand ich nicht so gut. Da war die Erfahrung eher schlecht gewesen. Dann hatte ich den gegen einen Bluebricks-Motor ausgetauscht und damit ist der Arox doch für seine Verhältnisse gut gefahren. Gucken wir auf die beiden Bluebricks-Motoren. Da sehen wir jetzt im Vergleich, dass der mit der geringeren Leistungsaufnahme auch der mit der geringeren Umdrehung pro Minute war. Und bei dem mit der höheren Leistungsaufnahme der eben mit mehr Umdrehungen pro Minute. Das spiegelt zumindest einigermaßen ein gutes, professionelles Verhältnis wieder. Es ist zwar nicht schön, dass wir diese Unterschiede drin haben, aber zumindest scheinen die Motoren von der Leistung her auch eine entsprechende Drehzahl abzugeben. Das ist ja auch nicht verkehrt. Irgendwo zwischen den beiden Bluebricks-Motoren siedeln sich dann auch die ganzen Lego-Motoren, das ist ja die Gruppe der Lego-Motoren, an. Vollkommen im Mittelfeld, das ist ja in Ordnung. Die Kader-Pro-Motoren kommen dann mit der zweithöchsten Leistungsaufnahme. Allerdings hatten die ja auch eine relativ hohe Umdrehung pro Minute. Das werden wir also gleich nochmal in unserem Ranking sehen, wie gut sich das dann bei denen auswirkt. Und zum Abschluss dann noch der Kader-L-Motor aus der zweiten Generation. Der kommt, wenn wir mal den Molking-Motor komplett außen vor lassen, weil der fällt komplett hier aus dem Programm, kommt an zweiter Stelle. Schauen wir auch gleich im Ranking. Die M-Motoren aus der zweiten Generation waren nicht der Knaller, das haben wir ja schon gesehen. Schauen wir mal, ob die L-Motoren aus der zweiten Generation ein bisschen mehr können. Dementsprechend kommen wir jetzt auch zum Ranking. Die beiden Bluebricks-Motoren kommen mit einem guten Durchschnitt von 47 und 44 Punkten daher. Ich sage jetzt schon guten Durchschnitt, das ist ja der beste Durchschnitt eigentlich. Der Molking-Motor ist halt mit 15 Punkten einfach ganz am Ende. Das spiegelt meine Erfahrung wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Erfahrung mit dem Motor ist. Kann ja sein, dass der bei euch viel besser läuft. Vielleicht habe ich ein Montagsmodell erwischt. Vielleicht hat Molking auch dieselben Probleme mit den Motoren wie Bluebricks. Kann auch sein. Deswegen, schreibt das gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Bei mir ist er leider komplett unten durch. Ich habe leider aber auch keinen zweiten, um den Gegen zu testen. Die Gruppe der Lego L-Motoren siedelt sich dann so ziemlich in der Mitte an mit 39 Punkten. Die Kader Pro-L-Motoren kommen mit 36 knapp dahinter. Und der Kader L-Motor aus der zweiten Generation, na gut, mit 25 Punkten. Insgesamt mal so einfach nur im Überblick, bevor wir uns noch die nächste Grafik angucken, finde ich, dass alles, was zwischen dem Kader Pro L-Motor liegt und dem Bluebricks Motor eigentlich ein sehr guter Wert ist. Mehr als 50 Punkte können wir kaum erwarten. Wir reden ja immer davon, dass wir hier uns ein Ranking angucken, in dem wir nur simulieren, wie viel Umdrehung der Motor schafft bei einem Millivatt Leistungsaufnahme. Das geht praktisch nicht vollkommen klar. Aber wir können uns dieses Ranking daraus erstellen. Und das bringt uns ja auch ein bisschen was. Und für mich sind Motoren aktuell dann brauchbar, wenn sie im Ranking irgendwo zwischen 35 und 50 angesiedelt sind. Wir haben uns in einem der vorigen Videos den Buggy Motor von Molking angeguckt. Der hatte natürlich ein Ranking, das war fast auf 100 gewesen. Da darf man aber halt eben nie vergessen. Der war auf Geschwindigkeit ausgelegt, nicht auf Leistung. Das heißt, der hat natürlich als Grundcharakteristik schon eine viel, viel höhere Umdrehung pro Minute. Würde aber unter Last viel schneller einknicken als die normalen L-Motoren. Werfen wir aber gerade nochmal einen Blick auf das Ranking der M-Motoren und vergleichen das mit dem Ranking der L-Motoren. Da fangen wir mal mit Bluebricks an. Und wenn wir zum Vergleich die Bluebricks M-Motoren der Plus-Gruppe nehmen, sehen wir, dass die ziemlich exakt gleichauf sind mit den Bluebricks L-Motoren. Also da findet man auf jeden Fall schon mal eine Linie. Das ist sehr, sehr gut. Zum Molking-Motor hatte ich keinen Pontor zum M-Motor. Deswegen lassen wir den jetzt gerade im Vergleich mal weg. Die Gruppe an Lego L-Motoren schneidet insgesamt etwas schlechter ab als die Lego M-Motoren. Bei den Kader Pro-Motoren schneiden die L-Motoren etwas besser ab als die M-Motoren. Und bei den Kader-Motoren aus der zweiten Generation haben wir schon fast wieder das Schlusslicht. Also im Großen und Ganzen keine auffälligen Überraschungen. Schön zu sehen, dass die Bluebricks-Motoren prinzipiell oben on top spielen können. Damit stellen sie eine sehr, sehr gute Alternative zu den Lego Power Functions dar. So, in der letzten Darstellung für heute gucken wir uns dann jetzt noch den ersten, zweiten und letzten Platz an und mal die Differenz dazwischen, so wie wir es auch bei den M-Motoren schon getan haben. Bei der Umdrehung ist auf Platz 1 die Kader Pro-System-Gruppe. Mit 663 Umdrehungen die Minute ist sie ca. 150 Umdrehungen schneller als die beiden Bluebricks-Motoren im Schnitt. Also auch die beiden Bluebricks-Motoren sind jetzt einfach zusammengefasst. BBL 1.2. An letzter Stelle ist der Kader-L-Motor aus der zweiten Generation mit 362 Umdrehungen. Also hier haben wir einmal 157 Umdrehungen in der Differenz und einmal 300 und eine Umdrehung. Das ist auch schon wieder fast 50% zwischen dem letzten und dem ersten Platz, beziehungsweise fast 100% Steigerung bei der Umdrehung. Wieder eine ganze Menge. Gucken wir uns das Ganze bei der Leistungsaufnahme an. Da kommt erstaunlicherweise Bluebricks an der ersten Stelle mit 1116 mW. Dicht gefolgt, nicht weit weg wirklich dicht dran von der Lego L-Gruppe mit 1179 mW Leistungsaufnahme und als absolutes Schlusslicht weit fernab. Fast 3 Watt, 3000 mW der Malking L-Motor. Und hier ist es auch ganz massiv. Wir sehen, zwischen dem ersten und zweiten Platz haben wir nur 63 mW. Das ist fast gar nichts. Aber zum Malking-Motor sind das halt eben schon fast 2 Watt. 1839 mW, um ganz genau zu sein. Das ist schon ein riesen, riesen Unterschied. Kommen wir zum Rating. Und da muss man wirklich einfach mal Bluebricks zugestehen. Erster Platz 45 Punkte, damit 9 Punkte vor dem zweiten Platz. Das ist schon ziemlich viel. Und sogar 12 Punkte vor der Lego L-Gruppe. Kann man jetzt gar nicht anders sagen. Prinzipiell macht Bluebricks gute Motoren bitte einfach nur an der Qualität noch Schrauben. Stabiler sein in der Qualität und das Problem mit den Noppen und der Achsaufnahme fixen. Dann möchte ich gar nichts sagen. Dann ist alles perfekt. Bevor wir zum Ende kommen, kurz in eigener Sache. Wenn euch diese Videos gefallen, ihr nützliche Informationen dabei findet oder euch die Videos einfach so auch unterhalten, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung. Es freut mich sehr zu sehen, wenn die Arbeit an diesen Videos so gewertschätzt wird. Vielen Dank. Viel mehr bleibt mir jetzt auch nicht mehr zu sagen. Morgen dann das große Finale. Die XL-Motoren und dann nochmal alle Motorentypen einmal so in der Übersicht. Wir küren einmal die besten Kategorien und gucken, ob wir am Ende einen besten Motor haben. In dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.